hallo meine lieben leute ich bin's, das liebe von youtube kanal. einfach mich abonnieren das wird nett. und zwar wollte ich euch einfach mal zeigen, da hier ist ein bisschen lang was da. ja ich wollte euch einfach mal zeigen, ja ich habe das jetzt zu weihnachten bekommen und wollte es einfach erst mal ein bisschen fahren. wodurch ich damit ein bisschen mit teilnehmen habe. so jetzt blendet die sonne ein bisschen, aber macht ja nix. ich wollte jetzt einfach noch ein bisschen was für semester einkaufen, ein paar feuerzeuge und pipapo. wow jetzt geht ein werf und ja meister ich aber, ja tut mir leid, wenn der alte halt nur mit meinem handy aufnehmen kann. aber kann ich das leider nicht ändern, weil ich leider noch nicht so ein aufnahmegerät habe dafür. aber macht ja nix. so ein aufnahmegerät kaufe ich mir jetzt noch. ich habe ja jetzt zu weihnachten noch genug geld bekommen. ja. und ich wollte euch einfach ein bisschen präsentieren, dass ich euch einfach so ein longboard empfehlen kann. ja. und zwar, ja. ich mach jetzt mal einen kurzen schnitt und gleich sehen wir uns wieder. da bin ich wieder. ja, leute. aber ich habe jetzt auch noch zu weihnachten ein iphone gegönnt. wie man hier sehen kann. ja. ich wollte einfach ein bisschen teilhaben. an meinem ersten tag so mal ein bisschen mit dem longboard. ja. oh leute, der weg geht jetzt gar nicht gut für mich. da muss ich wohl jetzt... da muss ich wohl das longboard leider schieben. vielleicht ziehen. aber... kann ich das leider nicht ändern. dann. aber gleich geht es wieder super. hier sehen wir gleich noch hier so einen kleinen berg hoch. den sieht ihr vermutlich jetzt noch nicht. aber ja. den berg, den gehe ich gleich hoch. und ab dann geht es wieder geradeaus. dann komme ich auf eine geteerte straße, die neu gemacht worden ist. ja. und da kann ich dann halt wunderbar fahren mit meinem longboard. aber jetzt erst mal zeige ich euch mal meinen longboard. wie es so aussieht. also von oben sieht es so aus. ja. und von unten, was ich ja persönlich richtig geil finde, ist so ein holzlook. ich finde, der holzlook sieht richtig gut aus. ja. aber... um aufs wesentlichste zu kommen, wofür ich eigentlich überhaupt erst mal mit youtube begonnen habe, war halt... weil ich einfach... weil ich einfach andere leute teilhaben wollte. weil ich so erlebe. und so wollte ich einfach die anderen leute ein bisschen teilhaben dran. ja. und mein größtes vorbild beziehungsweise wegen dem longboard ist halt der dna mc. den kanal werde ich auch noch verlinken. da könnt ihr dann ihn auch noch abonnieren. und einfach oben reingeben dna longboard tour. dann könnt ihr euch mal... angucken, was er so gemacht. und so mit der longboard tour. was ich persönlich sehr gut finde. habe ich mir auch angekuckt komplett. ja. also das mit der longboard tour kann ich euch einfach nur empfehlen. den kanal werde ich auch noch verlinken. ja. ich glaube der dna, der hat so 43 video so gemacht. mit der longboard tour. darum geht es einfach dann halt... er filmt dann seine ganze reise. von... ich weiß nicht von wo aus. von nord in deutschland. und fährt halt einmal bis süden von deutschland. einmal quer durch ganz deutschland mit dem longboard. hat auch noch freunde dabei. zum beispiel Simon. sein kanal heißt umgefilmt. und dann noch ein schaden. schaden hat er dabei. gehabt. und... wir netzen muss ja leider nicht gestehen. weiter ja nicht. ja. komm wir gehen hier hoch. muss noch ein bisschen schieben. bisschen weiter ziehen. aber ja. ist ja nicht mehr alles so viel. ja. aber... tut mir leid wenn ich das noch nicht so gut kann. ich mache da auch jetzt seit kurzem. aber ich möchte halt an meinen erlebnissen ein bisschen teilhaben. so. ja. ich weiß auch nicht wie jetzt die tonqualität ist. auf alle fälle werde ich mir so schnell wie möglich ein aufnahmegerät holen. und dann das alles besser filmen. dann mal am computer zuschneiden. und so. und alles bei youtube hochladen. wieder über ein like. über ein abo. würde ich mich auch sehr freuen. und ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr mich ein bisschen weiterempfehlen würdet. würde ich mich auch sehr freuen. ja. und wenn ihr irgendwelche fragen habt. was ich noch so filmen will. oder wenn ihr irgendwelche vorschläge habt. was ich noch filmen soll. wovon ich ein display machen soll. zum beispiel gta. wie auf der xbox. oder auf der ps3. kenntourismo. mv3 mv2. black ops 3. habe ich auch seit kurzem. black ops 2. black ops 1 habe ich auch. halt sowas. wenn ihr irgendwann. oder irgendwie davon ein display sehen wollt. einfach unten in die kommentare schreiben. ich tue die täglich. mir immer. durchlesen. in jedem einzelnen kommentar. ja. jetzt habe ich immer gute sonne. man kann gar nicht so schön winter haben. aber ja. also dadurch kann ich ein bisschen. mit meinem schönen longboard. hier. bisschen schön fahren. dann. ja. ich schauf ein bisschen. aber ich muss sagen. ich hatte bis jetzt noch keinen unfall. im longboard. was mich. sehr überrascht. jetzt. ja. diesen berg. können wir jetzt wieder ein bisschen fahren. ja. jetzt. ich kann euch halt. haupt bloß einen longboard empfehlen. ja. ja. mach ich erstmal einen cut. und wir sehen uns gleich in einem anderen video weiter. so. yeah. du. du. Vielen Dank.